Bro, Kronk ist viel älter. Der ist viel langsamer. Ich würde dann so irgendwelche Moose machen, die so wären. Boah! Also ich würde dann irgendwelche Moose machen, die so sind. So. Bumm! Und da fällt dir sich eine. Ungefähr so. So stelle ich mir den Fight vor. Ich glaube, Kronk ist ein Schrank. Ja, aber ich bin schnell. Du bist 1,30 und wiegst 40 Kilogramm. Bro! Guck mal, stell dich vor, das hier ist Trimax, okay? Und dann komme ich einfach so an und mache einfach so. Bumm! Was will er machen, Dicker? Was will er machen? Guck mal, dann liegt er an und mache ich einfach so. 1, 2, 3 und dann habe ich gewonnen. Ich glaube, Domo ist mir übrigens gerade auf ein C gefallen und ist mit einem blauen Fleck. War null worth. War null worth für den Gag. Ihr müsst euch einfach vorstellen, mein Job ist gerade, gegen meinen fucking Lüfter mit Vollspeed zu rennen. Hahahaha. 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 H